So, hallo, willkommen zurück! So, weiter geht's! Hm, das Costume-Portal hat gar nicht funktioniert. Wahoo! Ei, ei, ei! Die sind einfach zu hoch, die erwische ich nicht. Und aus dem habe ich vergessen, die Musik umzuändern. Oh, ihr mögt mich wohl nicht mehr. Das sind so viele Gäste. So viele waren nicht einmal in der Xbox-Edition bei mir. Boah! Okay, ich brauche ein bisschen Glowstone. Verdammt, und genau das habe ich vergessen. Ah, da vorne ist Glowstone, aber ich habe was vergessen. Wischen auch von mir. Da nehme ich einfach mal ein paar Pilzchen mit. Ich hätte diesen einen Teil ausschneiden sollen. Also, die Musik selbst lupen. Vielleicht das war gerade nicht gut. Und die gebratenen Schweineflösch dabei haben ist mir ein Rätsel. Verdammt noch mal, die zerstören hier noch alles! Sterb! Da ist einer! Warte gerade! Schieß nur weiter, Freundchen! So langsam wird's knapp! Oh, oh, oh! Okay, Glaube, bevor ich zum Nether wieder aufbrechen werde... Mann, oh Mann! Da werde ich erst mal was anderes machen müssen. Oder sollte ich was anderes machen? Nein, ich soll was anderes machen, meine ich! Ach, verlebe mich! So, was jetzt? Das kommt mir gerade gelegen! Dies hier auch! Und dies hier auch! Und... Ja, das hier auch! So, aus dem hier mache ich... Ach, Herr Emine! Dagegen hat mir die Unterwelt ja mehr gefallen! He, das bringt mir absolut jetzt gar nichts! So! Musik Klasse! Okay! Okay! Dann nehm ich mal die Steine hier wieder hin zurück! Musik Diese hier hin, diese behalte ich! Musik Musik Noch genügend! Gut! Gut Schwerden! Prennig! Hier werde ich noch ein Glas, oh, das hier war schon die Etasche, okay. So, der gefährlichere Teil daran wird sein, nach draußen zu gehen. Äh, ja, das wird gefährlich. Also gut, dann auf geht's. Die hier brauche ich nicht mehr. So, erstmal nachschauen, ob hier alles sicher ist. Halbwegs den Garten verschönern und endlich Erde holen. Schliesslich brauche ich das ja jetzt auch. Ach, hier scheint es schon hell genug zu sein, dort der Fackel. Aber ich glaube, jetzt nicht mehr. Oh, hat's jetzt geleckt? Oh, warum leckt das? Oh, es leckt! Hilfe! Also ja, bis zum nächsten Mal heute. verse嗎? Ja, das ist jetzt auch… Tschüss!